Also herzlich willkommen bei Panasonic und bei Technics. Ja, was wir uns natürlich jetzt hier besonders anschauen wollen bei der C70 ist die Möglichkeit, viele, viele Dinge, die ansonsten Großvolumiges bedeuten, besonders im Wohnzimmer, nämlich Einzelkomponenten oder eben halt Lautsprecher, die viel Platz wegnehmen, was ja an sich in der normalen HiFi-Branche gang und gäbe wäre, jetzt einmal in eine kompaktere Form zu bringen. Und genau das ist das, was die C70 auszeichnet. Sie bringt auf relativ kleinem Raum nicht nur voluminösen Klang mit, sondern natürlich auch viele Möglichkeiten, unter anderem die CD abzuspielen und natürlich auch andere Medien, die wir im heimischen Netzwerk benutzen, wie zum Beispiel Musik, die wir gespeichert haben auf einer Nassplatte oder auf einem USB-Stick, aber auch die Welt da draußen, sprich die Internetdienste, wie zum Beispiel Deezer oder Spotify. Das ist das, was die C70 besonders auszeichnet und dann auch noch mit fantastischem Klang.